Guten Morgen, liebe Modellbahner. Ich war beim Konrad und habe mich mit neun Kabeln eingedeckt. Das sind jeweils 10 Meter, 0,5 Quadratmillimeter, vier Farben, damit ich diese dünnen Kabel wegbekomme. Die habe ich mir von meinem Sohn ausgeborgt gehabt, weil ich keine anderen gehabt habe. So, mittlerweile bin ich zweigleisig bis nach unten. Da ist dann die Weiche und da unten ist die Abstimmung für den Zug, wenn man das sieht. Gut, dann lasse ich den einmal da runterfahren. Gut, dann lasse ich den Weg. Gut, dann lasse ich den Weg. Untertitelung des ZDF, 2020 So sieht die Abfahrt aus, hier soll der zweite Bahnhof hinkommen, da fehlt noch das dritte Gleis und irgendwie will ich da unter die Bahn kommen, da weiß ich noch nicht wie. So, wie geht das Kommentar offen, bis zum nächsten Mal.